Der Trabant oder auch einfach Trabi erprägte das Bild auf den Straßen in der DDR, war das DDR-Auto. Alles zur Geschichte des Trabis, jetzt in drei Minuten erzählt. Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. Im Jahre 1957 wird der erste Trabi in der DDR gebaut. Am Ende werden es ziemlich genau drei Millionen Trabis sein, aber das wird nicht ausreichen. Ständig herrscht Mangel bei diesem Auto. Im Alter von 18 war es möglich einen Trabi zu bestellen. Wenn man Glück hatte, war man damit 30 stolzer Trabi-Besitzer. Das Auto war etwa 100 kmh schnell, hatte etwa 23 bis 26 PS und war etwas über 600 Kilo schwer. Außerdem ungewöhnlich hatte es einen Zweitaktmotor, der war besonders laut und durch die vielen Schadstoffe auch umweltschädlich. Eine weitere Besonderheit war, dass die Karosserie aus Duroplast, einem Kunststoff, bestand. So konnte man das teure Stahl vermeiden. Der Trabi galt als fehleranfällig, hatte häufig Pannen, beispielsweise konnte ein Keilriemen reißen. Allerdings war er dann auch relativ leicht zu reparieren, weil einfach gebaut. Den Keilriemen konnte man zumindest für kurze Zeit auch mit einer Strumpfhose ersetzen. Ersatzteile waren allerdings schwer zu bekommen. Und es war außerordentlich wichtig, den Trabi stets umlaufen zu halten, denn einen neuen gab es nicht so schnell. Es gab auch einen Gebrauchtwarenmarkt, aber der wurde von staatlicher Seite nicht besonders gern gesehen und man musste da horrende Preise bezahlen. Für einen Wagen, der noch fast neu war, wohl fast das Doppelte des normalen Preises. Zu Beginn im Jahre 1957 war der Trabi zumindest noch einigermaßen Stand der Technik, aber er wurde dann kaum noch weiterentwickelt. Und das, obwohl Ingenieure in der DDR durchaus Vorschläge machten. Aber die DDR-Führung lehnte sie ab, wollte keine großen Veränderungen und auch nicht viel Geld in die Autobranche stecken. Erst in den 80er Jahren kam man drauf, dass es vielleicht eine gute Idee sei, einen VW-Viertaktmotor in den Trabi einzubauen. Die ersten Trabis mit Viertaktmotor liefen dann allerdings erst nach der Wende vom Band. Und da wollte den Trabi dann kaum noch einer haben, weswegen die Produktion eingestellt wurde. Heutzutage ist das völlig anders. Es sind wieder fast 40.000 Trabis auf deutschen Straßen zugelassen. Mit steigender Tendenz, der Trabant ist zum Kultauto geworden. Gab es keine anderen Autos in der DDR? Doch natürlich, Wartburgs, teurer, auch in der DDR produziert. Autos aus anderen Ostblockstaaten, ganz selten Autos aus dem Westen, aber keiner war so häufig wie der Trabi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017